Hey Freunde, Fixier und ja, ich bin ein ziemlicher Idiot, ähm, wie soll ich sagen, heute kommt leider keine Realm Folge, also die Realm Folge, wo ich Team Mixer angreife, habe ich verloren und ich weiß nicht warum, ähm, oder ich weiß schon warum und ich kann sie nicht wiederherstellen, denn ich habe die ganzen Folgen geschnitten, gerendert, das Projekt war ja schon ein bisschen länger vorgedreht halt, wir hatten es jetzt schon, ich glaube vor einer Woche oder so, die letzte Aufnahme und, ähm, ja, ich habe dann alles geschnitten, gerendert, bla bla, so halt in die Renderliste reingehauen und dann habe ich vorgestern geschaut und sehe so, okay, Realm Folge 11 ist da, dann schaue ich mir die an und denke mir so, hä, das ist gar nicht die Realm Folge 11 und dann habe ich einfach zweimal die Realm Folge 12 gerendert anstatt die Realm Folge 11, also ich habe Realm Folge 11, heißt 12, aber ist eigentlich Folge 12, die letzte Folge und, ja, ist ein bisschen kacke, deswegen kommt leider heute nicht mein Sneaky Angriff, ne, das wäre die beste Folge gewesen, aber ich habe es verkackt, äh, es tut mir leid, ihr könnt ja am besten einfach beim Maxle schauen, beim Topra schauen oder einfach bei Team Mixer vorbeischauen und euch da die Folge anschauen, wie ich sie angegriffen habe, die Folge ist sogar schon online, also die haben die gestern schon hochgeladen, Maxle zumindest, und schaut einfach da, wie ich sie angegriffen habe und dann erfahrt ihr einfach, dass ich der Beste bin. Tschüss! 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 Tschüss!